Hallo und herzlich willkommen in Offenhausen. Man sagt, etwas macht sich breit. Oder jemand, vielleicht auf der Couch. Es ist nicht angenehm. Es macht sich vielleicht Unmut breit, über etwas, was nicht so funktioniert, wie wir uns das wünschen. Es macht sich vielleicht auch Angst breit, darüber, wie es in Zukunft sein wird. Unmut und Angst sind nur einige Beispiele, und wer auch immer es auf der Couch tut, wer oder was sich breit machen kann. Und es ist meistens mit etwas Negativem verbunden. Dagegen möchten wir heute einen positiven Punkt setzen. Denn auch andere Dinge können sich breit machen. Und das ist durchweg positiv. In unserem Lied heute heißt es, Da breitet sich der Himmel aus. Und allen tut es gut. Was sich noch alles ausbreitet, und was damit einhergeht, und wie es uns gut tut, und worüber wir uns freuen und dankbar sein können, das hören wir gleich. Das hören wir gleich. Aus Gottes guten Händen Da breitet sich der Himmel aus. Und allen tut es gut. Und allen tut es gut. Da breitet sich der Himmel aus. Und allen tut es gut. Aus Gottes guten Händen kommt Glauben und Vertrauen. Da breitet sich der Himmel aus. Aus Gottes guten Händen schrückt die Barmherzigkeit. Da breitet sich der Himmel aus. und macht zum Dienst bereit. Da breitet sich der Himmel aus. Und macht zum Dienst bereit. Aus deinen guten Händen liegt, was uns alle hält. Da breitet sich die Liebe aus. Die Hoffnung für die Welt. Da breitet sich die Liebe aus. Die Hoffnung für die Welt. So seid gesegnet und bleibt behütet. Das wünschen euch eure Ann-Sophie und euer Martin. Pfarrer in Offenhausen. Dann Achtung für die Welt. Die Hoffnung für die Welt. Wunder fang, wie die Welt. Die Hoffnung für die Welt. Verstattung für die Welt.